Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge im Minecraft Library. Ja, also mit dem Heli scheint es geklappt zu haben. Und das Kind nehmen wir jetzt einfach mal mit. Nehmen wir uns hier so ein klein bisschen Fuel. Wir werden das jetzt komplett zerballern. Wir machen jetzt weiter. Wir machen das. Wir machen das. Wir machen das alles. Wir machen das. Und dann ... So, erster Bombendurchgang, wie es aussieht, leben noch viele, ich fange mal auf. Und natürlich werden wir das Haus auch im Laufe der Zeit dann wieder aufbauen. Ah, nein. Wie soll ich da noch alleine geschossen? So, da drinnen ist einer. Ich glaube, an sich überlebt hat jetzt keiner. Wir fliegen mal dort hinten hin. Oder erst mal am nächstbesten Ort zum Landen. Oh shit, oh shit. Es geht ja spaß erst richtig los. Mitkommen, du kommst auch mit, auch wenn ihr verrecken werdet. Lieber die komplette Wache opfern als... Oh, ready to grow up. Bleib mal hier stehen. Pass auf, wenn ich das noch gold nutzen, wofür? Hm, ich frag den Typen hier mal. Hallo? Ah. Geil. Kommt jetzt ja alle mit. Ja. Los, Chaos-Einheit. Attacke. Attacke. Pack. Mod. Tien. Google. Tien. Tien. Rückzug Ja, genau das wollte ich sehen, Diamantkrieger Ja, genau das wollte ich sehen Jetzt trotzdem noch ein Resistenzquad. Wartet hier mal. Du wartest. Du wartest. Du wartest. Du bleibst hier. Ich brauche nur zwei von denen. Sind leider nur die anderen. Oder? So, auf jeden Fall sind wir jetzt kampfbereit. Das Haus ist ein bisschen zerbombt. Genau, greift sie an. Der Chef kann doch ja nicht mehr so viele Leben haben. Jetzt in den Nahkampf. Geben. Du kackst mal hier ganz schnell ab. Siehst du, wartest duldig hier ja auch nicht. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. 200 Schaden müsste der locker weg haben. So, jetzt hier aber immer drauf gehen, immer drauf, immer drauf. Die anderen, oder den anderen, haben wir den. Ja. So. So, party people, wir haben es geschafft. Was ist das für ein Polo? Ich darf nicht. Ich darf nicht auch. Ich darf nicht auch schon sagen. Ich darf nicht auch schon sagen. So. Okay. Ihr könntet hier rein theoretisch das Schiff bewachen, oder das Flugzeug. dann sagen wir den hier folgen. Dann sagen wir den hier folgen, den hier, den hier und den hier, dann ist noch der hier und der hier auch. So. Ich denke mal, dass wir die Terroristen rausgejagt haben. Hier, Minka, hast du noch übrige Raketen? Die gehören ja zu meiner persönlichen Garde. Okay. Okay. Es ist ein bisschen... Auf jeden Fall werden wir hier ein paar bei Minka und so platzieren. Ich denke, Moritz alleine packt es nicht. So. Dann kommt der Rest mit. Dann lassen wir einen von euch hier. Dann kommt der Rest mit. Dann muss... einer hier hin. Das ist ja nicht so, dass sie schwach sind. Sind ja schon stark. Und fürs Dorf brauchen wir auch noch ein paar. Ja. Wo kommst du, Chefchen? Hier hin. Hier ist auch in deine Wache rum. Stopp. Sonst wird geschossen. Mitkommen. Wir müssen die ganzen Tempelanlagen jetzt wieder bewachen. So. Dann bleibst du hier. Die ist 15. Der ist 18. Der dürfte jetzt... Der ist 16. Okay. Ivan. Dann komm mal mit. Dann... Ach komm einfach. Dann bekommst du jetzt schon dein erstes... eigenes... Na, ein ganzes Gebäude ist es ja nicht, ne? Doch. Du kriegst die Wohnung. Das Haus. Ivan. Das ist jetzt dein Haus. Mach hier mit, was du willst. Geh mir nicht mehr auf den Sack. Und fertig ist der Laden. Wir werden mal wieder in Heli in Bewegung setzen. Und dann noch eine Stadt... einen Stadtrundflug machen. Aber allerdings das jetzt in der nächsten Folge. Und jetzt werden wir den erstmal noch ein bisschen auftanken. Und erstmal wieder zu Minka fliegen. Das ist jetzt nicht so weit. Und ich kann noch einen Rundfad machen. Und ich werde in der Zeit noch etwas reparieren. Ja. Oder ein bisschen reparieren. War das Offscreen. Ähm. Ja. Also ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Oder... Ein Like. Eigentlich was andersrum. Aber bis dahin. Tschau. Ja. Vielleicht was das Ding. Ja. Schau.